Mit einem Sonderparteitag startet die CSU in die heiße Wahlkampfphase. Am 14. Oktober geht es um Bayern. Und wie immer sind alle Wettbewerber gegen uns. Diesmal fühlt sich die linke Opposition im Oberwasser ausgerechnet deshalb, weil auch am rechten Rand Konkurrenz aufgetaucht ist. Wir sind ganz klar gegen Dirigismus und sozialistische Experimente von links und genauso klar gegen die Diffamierung anderer und nationalistische Experimente von rechts. Bayern braucht eine starke Mitte, weil wir erfolgreich bleiben wollen in Wissenschaft und Wirtschaft, im sozialen Bereich und mit einer herrlichen Natur. Bayern braucht die CSU und deshalb am 14. Oktober mit beiden Stimmen für die CSU.